Herzlich Willkommen zurück zu GTA 5 Sandwich-Make-Addition! OOOOH! Hahaha! Wie geil der grad geflogen ist, Alter, wie er da liegt, Alter! Der ist tot! Geil! Playmesself hat Heideltraut erledigt! Ach so ist das unter Freunden, also! Gibt Punkte! Komm schon abhauen! Oh, ey, der hat aber ne fette, ekelhafte Blutflatsche hinter meinem Kofferraum hinterlassen, Alter, wie hekel! Fiederlich, ey, der muss ja wieder in den Car Wash fahren! Dennis, nächstes Mal nicht so viel Marmelade, bitte! Boah, mich leckt er mit der Zunge ab, guck mal her! Das macht er wirklich, ich würd gehen! Wo ist er denn? Komm, wir nehmen dich natürlich mit dir! Der liegt auf dem Boden wieder irgendwo! Ich bin ne Bergwürdig! Ich brauch mal ein neues Auto, meins hat echt so einen hässlichen Popofleck hinten! Oh! Das tut mir aber leid! Ohohohoho! Alter! Was ist denn mit dem passiert, Alter? Oh! Oh, Alter! Ey, ey, ey! Was ist denn hier los? Straßensperre! Projekt Straßensperre! Wie fahren die hier alle? Projekt Straßensperre, Großprojekt! Oh! 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 Achso! Boah, der arme Dennis, Alter! Boah, das läuft, Leute, das läuft! Guck mal hier, guck mal hier! Oh! Geil! Ich spring drauf auf den LKW und ich fahr mit dem Ding, warte! Oh, da wurde jemand gerade überfahren! Boah, das sieht super aus! Kannst du surfen? Ne, ne? Ne, leider nicht! Schade! Pass auf, ich mach jetzt was richtig geiles! Guck mal, das läuft super, Freunde! Kommst du da durch? Kommst du da durch? Ich dachte, man kann die Cops hier rufen, das geht gar nicht! Raubst du da eine Karre aus dem Weg, oder was? Kann man... Ich... 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 Ich park hier noch schön ein! Ich park hier noch schön flach! Damit hier die richtige... Ja, genau! Was macht ihr hier?! Da kommt... Da kommt so schnell keiner mehr durch jetzt! Karabolage! Genau, und jetzt können wir uns gemütlich Autos aussuchen hier, von denen die stehen bleiben! Ja, mein Auto ist ja... Wenn das nicht einfach alles die selben wären! Dann hol ich mir auch mal ne neue Karre, was soll denn der Geiz? Hier komm, lass uns doch alle den gleichen nehmen! Alle in weiß! Der sieht doch hammer aus! Der steht hier dreimal! Ich hab einen! Ja, der steht... Dann nehm ich den hier! Raus, du hippie! Ist jetzt voll der Zufall! Ist voll der... voll der Volkswagen! Hier, dann nehm ich den hier! So, ich hoffe, der Fahrer will den nicht zurück haben! Ey, wir müssen aber rückwärts, glaub ich, raus! Ach toll! Wollen wir zur Stadt... Wir kommen doch hier easy durch, Alter! Was machen wir? Wollen wir mal hier ne Mission machen? Wir müssen immer noch zu Cypress Flats, ne? Wir irgendwie... Die Mission sind ja egal, fast! Ja, Cypress Flats wär super, wenn wir das nochmal haben! Boah, ich muss mir wieder... Ich muss mir wieder den Passivmodus... Wo du's denn jetzt? Ah, wir müssen die Cops abschütteln! Also ich zumindest! Also ich nicht! Kommt mal mit! Wir schütteln mal die Cops ab eben! Ja, Alter! Ich komm da jetzt nicht mehr durch! Jetzt ist zu! Bist du denn beißen? Das geht alles! Warte, ich probier mal, mich hier durchzuschlängeln! Oh Jungs, die Cops sind ja auf den Fersen! Die Cops haben ich! Oh ja, mich jetzt auch! Ja! Also bei mir sinds jetzt auch im Fersen! Bei mir ist der Krankenwagen über meinen Wagen gefahren! Oh schnell, Krankenwagen! Ah, ich hab auch nen Stern! Krass! Boah, wie geil das auch so! Alter, wer fährt denn da? Scheiße! Geil, die White Boys sind back! Let's go, let's go! Weg hier! Wow! Die scheiß Bullen, Alter! Eieiei! Wie fahren die denn? Oh! Geisterverkehr! So, tschau! Geisterverkehr ist auch cool! Hast du Verkehr mit Geistern? Oh Gott, ey! Oh, Alter! Sieht so geil aus, wie die Polizei hinter dir herfährt! Die Polizei hat den Fersen geflasht! So! Wir müssen jetzt abhauen! Vorsicht, da vorne kommt wieder einer! Oh, mein Auto sieht nicht mehr so fresh aus, Freunde! Es ist so, dass das von der Crew abhängt! Also wenn jemand Scheiße baut... Alter! Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht! Das sollte man mal austesten! Wir haben alle... Ich mein, wir haben alle einen weißen Wagen in der Öffentlichkeit geklaut! Da ist grad ein Polizei- Uah! Alter! Der Bulle ist so schnell! Ich glaub ein Kopfwagen... Oh! Alter! Was machst du denn da? Was willst du denn jetzt stehen? Grad war mein Wagen noch weiß! Jetzt... Die Cops noch hinterher, Alter! Ey, wir haben zwei Sterne, wie krass! Ich kann nicht... Alter! Ihr kommt die County Sheriff schon bei mir! Hilfe! Ich bin voll abgeschlagen von euch, weil ich so oft weggecheckt habe! Oh nein! Ich fände die auch dran, Alter! Die hauen mich ja alle weg! Die Cops, Alter! Die spielen mit mir Billard! Wahnsinn! Alter, wir haben die hier! Ich bin gleich wieder bei euch, Freunde! Ich bin gleich bei euch! Heideltraut! Warte, hol mich ab! Hol mich ab! Da ist einer von euch! Achso, ja, sorry! Das war ich, aber ich bin grad auf der Flucht! Heideltraut! Hier, hier, hier! Komm, steig ein, Alter! Andere Seite! Achso, okay! Ich bin drüber! Komm, schnell, Heideltraut! Über die Autobahn! Ich hab die Flugzeuge... Oh! Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Nein, den Wagen müssen wir klauen! So, ich hab die Cops grad genau am Arsch! Die Schnüffeln am Ausbruch! Egal, spring ein! Okay, hau ab, komm! Boah! Krass! Sobald ich eingestiegen bin, hab ich zwei Sterne bekommen! Ach, krass! Wenn wir in gleichem Fahrzeug sitzen, krieg ich auch die Sterne! Boah! Junge! Boah! Uah! Alter, ist das krass jetzt gerade! Ich komm mal in eure Richtung ein bisschen gefahren! Oh! Oh! Warte, ich fahr mal hier runter! Ja, das ist, äh... Es läuft, Alter! Ach, ihr seid da unten! Scheiße! Guck mal den Bullen mal an! Ich mach Hardpipe hier! Yo! Ich weiß nicht! Was macht ihr da gerade? Was macht ihr da gerade? Ich hab keine Ahnung! Ich wollte ein Cabriolet! Weißt du, den Motor... Ich glaub, mein Püppel hätte mir inzwischen den Maul so offen über sich gedreht haben! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! So! Ich bieg mal rechts ab, Freunde! Okay, seid ihr bereit? Ja! Bieg mal, komm hier! Ich bieg mal ab! Komm! Oh ho ho ho! Alter, hör auf zu den! Boah! Ich fahr mal ein bisschen, ich fahr jetzt mal ein bisschen ins Grüne hier! Ich muss im Grün! Ich muss im Grün! Wenn du, äh, unbewaffnet bist und dann, äh, auf Schießen wirst, zeigst du dir... Boah, Alter! Alter, guck mal hier! Oh, geil! Das geht nicht gut, das geht nicht gut, Alter! Das geht nicht... Yeah! Wie geil! Vorsicht, Vorsicht! Wir fährst wieder in den Cops rein! Oh, das nächste Auto wird nicht schnappen! Mach Platz! Hier! Könnt sie mal bitte von uns runter gehen! Guck mal, jetzt seid ihr den Mittelfinger! Hast du's gesehen? Ja! Guck mal hier! Motherfuckers! Yeah! Ich bin in den Cops entkommen und ihr so... Das war so aus, als hättest du das Auto angehoben, Alter! Was denkst du denn, Mann? Ich hätt nicht Grün machen müssen! Ey, fahr mal Querfeld ein, oder, Dennis? Ja, komm, zieh mal, zieh mal rein! Fuck you hier! Zeig mir den Finger! Ich komm mal in eure Richtung! Was macht ihr da drüben? Zeig den Finger! Zeig den Finger! Oh! Du Flecksack hast mich getötet! Ah, Scheiße! Was hat denn der Scheuß damit zu tun? Genau! Das war eine super Aufnahme! Der hat sich verschlagen, der hat mich umgebracht, ey! Alter! Alter! Ich seh so ohnehin schon so mitgenommen aus! Komm rüber, Alter! Wer ist denn hier unten? Wer ist denn hier grad oben aufm Berg? Ein schönes Auto! Halt dich fern von dem! Halt dich fern von dem! Halt dich fern von dem! Der fällt hier grad vom Berg runter, Alter! Was bist du denn für den Finger? Die ist neu! Alter, die ist neu! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Entschuldigung! Wo ist dein Auto an? Wie geil, Alter! Was ist das denn? Smart, Alter! Oh mein Gott! Ich seh nix mehr! Ah, schön! Schön! Biss aus den Augen, ey! Tobi! Tobi! Was geht bei dir so? Warte mal bitte! Warte mal bitte! Warte mal bitte! Oh, der alte Tobi, ey! Kannst du damit noch fahren? Natürlich! Alter! Warte mal bitte! Der ist fast neu! Der ist fast neu! Der ist fast neu! Von hier oben sieht das aus wie so ein Kleiner! Alter! Das schlanz doch schon wieder aufs Maul der Baller! Oh Mann, ey! Alter! Ich kann nicht mehr! Ey, hör auf! Ich will nicht wieder sterben! Ey, jetzt reicht's! Alter, du liegst auf mir, aber ich lebe noch! Krass! Was ist das für ne Aussage? Ey, lass mal... Lass mir, aber ich lebe noch! Ey, lass uns... Oh mein Gott! Lass uns mal so ein Kombi suchen oder sowas! Ey, die kommt aus! So ein Kombi sieht einfach mega geil aus! Ja, also die Karriakarte! Der ist fast neu! Bleib mal stehen! Bleib mal stehen gerade! Stopp! Bleib mal stehen! Ich will mal den Vergleich zeigen! Weißt du? Moment! So vorher, nachher! Alter, die Geld! Ja, toll! Jetzt ist mal der kaputt! Ey, du stehst auf dem Geld! Ach, danke! Ich hab's trotzdem! Ey, lass uns mal so ein Kombi suchen! Dann kannst du mal die Tür bitte aufhalten! Ich muss mir auf jeden Fall meine bessere Karre klauen! Alter! So, Entschuldigung! Ich muss ja mal lang! Ey, lass mal, lass mal zur Zeit bis Flats jetzt fahren oder? Mal ein bisschen Story machen oder? Boah, Alter! War echt schon geiler Start! Was? Ey, wie kannst du mit dem Auto so schnell sein? Boah, was macht ihr da? Vorsicht, LKW! Krass, go! Nein! Boah, was machst du denn da? Boah! Boah! Diese Fahranfänger hier! So, wo seid ihr denn jetzt? Ich komm voll hier auf sein Auto, klar! Wo seid ihr denn jetzt? Ach, ihr seid auf der Autobahn gefahren, ihr Peller! Guck mal, wo fällt der? Guck mal, das ist ein Auto, ey! Ich begebe mich zu Cypress Flats, Alter, einfach! Ja, ich komm! Ich versuch das mal auch! Wir lassen den Mini Cooper mal hinterher kommen! Oh Gott, ey! So, ich bin jetzt auch auf der Autobahn! Äh, nee! Och, Mann! Und hängt da Pixel fest, das gibt's doch nicht! Die Ausfahrt in 500 Metern! So! Äh, nee! Hammer! Boah, geil! Die lief ja super, hab ich geil in die Kurve gekratzt gerade! Boah, nee! Ich lag mich tot, ey! Voll die nassen Augen, ohne Scheiß! Das Schilde, freut mich! Ach, ich hab die Ausfahrt verpasst, natürlich! Scheiße! War klar, ich hab ja nur gesagt, Ausfahrt in 500 Metern! Ja, ich wusste ja nicht, ob die 500 Meter von dir aus gesehen waren! Nee, natürlich nicht! Ich war ja dein Navi im Moment! Boah, wie fahren die denn hier? Der geht mir die Tür auf, Frau Wut! Warte! Wir warten, wir warten! Ich bin gleich da! Ich hab die nächste Ausfahrt genommen! Ah, nein! Du Arsch! Wollt er mich wegchecken, der kleine Stinker hier! Da sind andere Spieler am Gleis auch gerade! Dennis, du bist gefeuert! Damit machen wir keine Wisse! Wieso kommen jetzt Bullen auf mich drauf? Was soll denn die Scheiße? Dank dir hab ich, glaub ich, zwei Sterne! Dank mir? Was machst du mit dieser Karre da, ey? Ich fahre ganz regulär im Verkehr, wie sie es gehört! Ja, 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 Simon! Alter, wie schön es hier einfach nur ist! Ich könnte hier den ganzen Tag verbringen! Das stimmt! Aber wer natürlich, wer natürlich ganz klar fehlt, ist der Tobi! Was? No-Lifer? Ich bin ein Touristen Los Santos! Ja, ey, der Tobi! Was geht, Tobi? Bist du auch noch da? Ich bin auch da, ja! Ich trink grad Geruhigungstee und Lausche auf dich! Ich hab grad übrigens Besuch! Oh, ich läuft grad ein anderer Spieler rum! Das stimmt! Oh Mist, jetzt guck ich auf die Karte! Stehen ja Autos im Weg! Scheiße! Okay, ich zück mal meine Wumme, Jungs! Äh, nicht mein Handy, meine Wumme, meinte ich! Nein, nein! Du Arsch! Ach, das war Raiden! Der hat mich echt gekillt! Das war, das war ein Spieler! Wie das denn? Der ist doch im Passivmodus! Kann das sein, dass man den ne bestimmte Zeit nur hat? Nee, eigentlich nicht! Hä? Ich dachte ja auch, ich wär im Passivmodus! Ich dachte, das wär jetzt einer von euch zu fanden! Plattfahren geht, oder was? Alter, bleib mal stehen mit dem LKW! Heidetraut! Lass uns Raiden jagen gehen! Komm rein! Komm wir jagen, Jungs! Ich hab die Cops am Arsch! Alter, der hat sich mit den Fallchen angelegt! Der hat sich doch schlimmer aus! Der ist neu! Ey, das ist bestimmt super für eine Verfolgungsjagd mit Raiden! Das ist, das ist used look, Alter! Das fährt man jetzt so! Beide Fahrzeuge sind ein Traum! Komm, steig ein! Ich hab den neu! Guck mal, du könntest den Wagen von ihm bei mir hinkrauben! Alter! Warte, ey, das war Raiden! Jetzt reichen wir! Jetzt machen Blatt! Das schießt der Dreckzack, ne? Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn erwischt! Ich hab ihn wegeballert, den Penner! Super! Aber wieso bist du nicht im Passivmodus? Entschuldigung, Entschuldigung! Ich hab gebremst! Wieso bist du nicht im Passivmodus? Ich hab Raiden den Kopfschuss verpasst! Du bist nicht mehr im Passivmodus, Dennis auch nicht! Ja, reicht! Raus aus dem Passivmodus! Jetzt wird gekämpft! Da vorne! Freunde, da vorne! Alter, Dennis! Ja? Freunde, ich brauch Hilfe! Was denn? Hier vorne, schnell! Komm, ich komm, ich komm! Willst du das ehrlich? Willst du das ehrlich? Ja, ich... Ja, Mann! Wie ein Plan! Boah! Der scheiß Truck, Alter! Der ist natürlich super! Wir verschnappen! So! Ja, fein, Alter! Da ist er! Weißt du, ich komm mit dem LKW daneben und der fährt mit dem Dickskar rum, ey! Ja, natürlich, Alter! Da ist er wieder! Da ist er wieder! Alter, der will's wissen! Der ist aber noch unverwundbar gerade! Ja, der versucht gerade mal ein LKW zu klauen! Komm, jetzt liegt er auf dem Boden! Ja, jetzt liegt er auf dem Boden! Ja, jetzt liegt er auf dem Boden! Fahr ja mal mit meinem Open-Air-Mobil! Das ging geil! So, nochmal drüber, Alter! Der hat echt viel Spaß gerade! Jetzt haben wir's alle! Von der Scheißpiegel geht der! Oh nein! Warte, ich steig mal ein zu dir! Oh! Vorsicht! Komm rein! Der kommt wieder! Komm, komm, komm! Vorsicht, fahr! Ja, geil! Nein, du hast mich erwischt! Scheiße! Warte! Ich muss doch auf den Schießkommen! Warte, ich schieß auf den! Ich hab den weggeballert! Alter, der Arme, ey! Und du bist nochmal drüber gefahren! Wir sind so eine Penner! Oh nein, die Bullen, wieder! Oh, scheiße, ey! Okay, jetzt wird's Zeit! Guck, wir holen mal ab hier! Lass mal abhauen, die Bullen, Alter! Ey, ich find's super! Ich hab gerade eine Idee! Guck mal, der Shop heißt ja auch Raven! Gieß der nicht? Alter, wir sollten schnell weg! Nee, der ist Raven! Ich hab den grad nochmal umgehauen, Alter! Auf der Flucht! Ich hab's gesehen! Geil! Ey, der kann nur lassen schlafen! Der hat heute einen Scheiß-Tag! Der verfolgt uns! Der verfolgt uns, glaub ich, oder? Ja, ich glaub, der will jetzt Rache nehmen einfach! Ey, ich bin hier mit dem Trucker Heideltraut unterwegs! Oh, ja! Grundname Heideltraut! Soll ich mal ein paar Kops abschießen? Ja, das wär gut, ey! Warte mal! Ich muss mich mal irgendwo in Sicherheit bringen hier, wo die Kops mich nicht finden! Obwohl, dann haben wir wahrscheinlich nur noch mehr am Hals nachher, oder? Oh, ich glaub, das war nicht so gut, Dennis, was du hier gemacht hast! Hab die Idee! Ich glaub, ich sollte aussteigen und auch weglaufen! Und ich werde erschossen! Ja, ich wollte gerade sagen! Steigen wir nicht aus! Oh! Okay, ich glaub, die finden mich hier nicht! Ich versteck mich hier gerade vor den Cops ein bisschen! Ja, ich glaub, die finden mich nicht! Also mit dem Truck aber auch nicht mehr! Fahr nicht links! Fahr nicht links! Fahr nicht links! Ne, jetzt lass mal zu Cypress Flats, oder was? Ja! Ja, warte mal ganz kurz! Ich werd nur noch von den Cops gesucht gerade! Ich auch, also ich glaub, ich werd hier auch nicht mehr los! Ich hab mich grad versteckt hier in so einer kleinen Seitendingens! Oh, Alter! Da fliegen so ein paar Cops hoch! Geil, die finden mich hier nicht! Ich hab auch keine Cops mehr am Hintern, weil ich bin ja gestorben! Ganz praktisch! Ja, ich hab die noch am Arsch, aber die finden mich hier nicht! Aber ich komm hier nicht mehr drüber! Ja, ich hab sie abgehangen! Geil! Boah, du bist super! Geil! Ich hab mich einfach versteckt in so einem Hinterhof! So, ich hab die Cops auch nicht mehr! Ey, warte mal! Hier ist ein Kombi, hier ist ein Kombi! Lass uns mal mit dem da hinfahren! Das Problem ist nur, ich glaube, dass ich die Cops gleich wieder am Arsch habe, wenn ich hier mit der Karre weiter langfahre, weil die gar klaut ist! Komm hier, komm hier, komm hier! Warte, ich komm jetzt mal! Das ist doch kein Kombi! Das ist doch kein Kombi! Das ist doch kein Kombi! Das ist ein 7er! Alter, ich fahre, ich fahre! Ja, ja, gib Gas! Warte auf mich! Ey, fahr doch nicht weg! Komm, schnell! Wir haben die Cops am Arsch! Treffen wir uns bei Cypress oder was? Spring rein, Baby! Auf der anderen Seite! Okay, ich fahre! Ja, fahr doch! Aber nicht drüber! Geiler BMW übrigens! Ja, das ist echt krass! Ne, der ist echt nice, der Wagen! Den muss ich eigentlich in Customs bringen, ne? Ja! Okay, dann mach ich das mal! Wir treffen uns, wir treffen uns einfach! Kann ich dir den Wagen eigentlich übergeben? Ja, bei Customs, ich bin fast fast da! Und du bringst den auch nochmal zu Customs? Ah ne, nicht nur, wenn der einen Peilsender hat, geht der nicht mehr, ne? Was? Achso, wenn der Peilsender... Ja, das weiß ich nicht! So, ich bin mit meinem neuen Wagen! Äh, stehe ich hier, Alter! Scheiße, der zwischen aussieht! Heidelkraut! Und dann geht der auch mal zehn Fahrzeuge schon! Ich muss auf die Karte! Ich muss auf die Karte gucken, Alter! Ich hab schon zehn Fahrzeuge geklaut! Folgt doch einmal dem blauen Ding! Oh nein! Die Kops sind gleich wieder bei mir! Bei wem fahre ich jetzt gerade eigentlich hinterher? Jemand hat einen Helicopter hinter sich! Platzen die Reifen eigentlich? Das... Ich glaube schon, oder? Du kannst aber auch schusssichere Reifen kaufen, Alter! Oh, Alter! Ich seh ein bisschen blutig aus gerade schon! Ja, manchmal im Monat hat man das! Boah, geil! Der Gronk besonders auch! Ich mach hier gerade ein bisschen Burnout! Ich hab das Burnout-Syndrom hier gerade! Yeah! Reifen geplatzt! Und der Zweite auch! Geil! Oh nein, das sind die Kanäle! Warum hab ich hier nicht die Sterne? Wollt ihr einen Neuwagen kaufen? Ey, wer ist denn da? Wer ist denn da? Wer ist denn da vorne von euch? Ich, 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 ich! Aber ich hab einen Stern! Ey, warte mal was! Bist du Sheriff oder was? Komm mal! So, ich warte jetzt! Jetzt hab ich zwei Sterne! Wofür? Ich auch! Was hab ich denn gemacht? Gar nix! Weil die einen Wagen geklaut hab wahrscheinlich! Ach komm! Ja, natürlich! Es ist höchste Zeit, dass ich dieses Ding mal ein bisschen umpimpe! Wieso, Baby? Das ist doch einmal so komisch! Weil die geile Rockmusik anfängt! Ach so! Yeah! Warte mal, ich warte mal hinterher! Ich muss meinen Aumann hier umspritzen! Was? Alter, wer schießt da? Alter, da kommt grad aus dem Gebäude so 10 Polizisten oder so! Wie krass das ist! Oh oh! Shit! Wo ist die Einfahrt, Alter? Oh, hab ich ein Rohr! Wo ist die Einfahrt? Wo ist die Einfahrt? Wo ist die Einfahrt? Weswegen geht das Auto so nach oben? Wo ist die Einfahrt? Edeltraut! Waldraut! Edeltraut! Jetzt hör mal auf! Scheiße! Ich bin unbezigelt! Ich bin unbezigelt! Wo ist die Scheiß Einfahrt? Ja, ich weiß! Wollten wir uns hier bei Cyprus treffen, Alter? Was macht ihr denn da? Uah! Aua! Ne, wir müssen die Karren schnell... Hier, hier, hier unten! Hier unten! Nein, bitte! Ich werde wehrenat, wenn ich's jetzt nicht reinschaffe! Komm! Ah, den kenn ich noch! Oh mein Gott! Wir haben auf jeden Fall ein, zwei Polizisten mitgebracht! Mach das Tor auf! Alter! Brille doch nicht so! Mach das Tor auf! Muss man jetzt loswerden, ne? Nein! Ich glaube schon! Okay! Dann wollen wir mal! Der ist weg! Ab die Post auf das Bahngleis! Alter geht's dir ab! Unglaublich! Ja, aber ist nicht so geil mit dem Wagen zu fahren? Boah! Doch, weil die kommen selber nicht durch die Koppen! Ah! Ach, scheiße! Ich hab keine Muni mehr! Ey, hier ist super, Alter! Hier können wir warten! Wir kommen hier nicht so schnell hin! Wir haben zwei Sterne, ne? Ey, dein Auto war eben bei mir noch schwarz! Mein Wagen? Ja! Ich, äh... Oh, die Mission ist übrigens für vier bis sechzehn Spieler, glaube ich! Oder geeignet für Spieler im Alter von vier bis sechzehn! Ich weiß nicht genau! Guck mal, der schöne... Guck mal, die kommen vorne da aus! Sieht auch immer aus, oder? Ja! Sehr schön! Leute! Kommt mal rübergerutscht hier! Freunde! Ich warte! Wir müssen kurz warten, Alter! Die Zuschauer werden ungeduldig, die hassen euch! Kommt zu uns! Alter, mit der Karre kann ich nicht mehr fahren! Ja, guck... Ja! Ey, das... Cool, wir haben voll viel Bonus bekommen gerade! Hast du gesehen? Hast du auch XP bekommen? Ah, jo, krass! Ich bin fast Level... Ja, okay, fast ist gut, aber ich bin bald Level 2! Entschuldigung! Ich noch nicht! Kann man die... Komme! Kann man die durch? Ne, wir müssen hier auf der Seite wieder, wo wir hergekommen sind! Ah ja... Ich bin gleich da! Ah ne, dann muss ich auch wieder zurückfahren mit dem Scheißding! Ich steig dann bei euch ein! Guck mal hier! Oh, ich hätte beinahe die Penner hier abgefahren! Oh, der Kopfwagen ist auch geil! Alter, wie geil! Nein! Die sind wieder hinter uns her! Das kann doch jetzt nicht sein! Ne, die sind nicht hinter uns her! Die sind nicht hinter uns her! Ich hab einen Stern! Na komm, fahr hier rein! Die sind ja hier grad nicht! Was macht die denn da? Ich glaube, die sind nur... Okay, warte, warte, warte! Uah! Uah! Ich kann nicht, wenn du da... Okay, die Karre fährt nicht mehr! Schüttel die... Ne, geht, geht, bin durch! Okay! Boah, egal! Ich hab Ubermacht Oracle! Ubermacht sind die deutschen Autos! Alter, 515 kostet erst die Karre zu reparieren! Ne, ich muss bei dir mitfahren! Ich hab den repariert! Dann hol mal, lass mal hier, komm mal raus! Aber ich muss Schutz vor Diebstahl und Verlust auf jeden Fall mir holen! Nein! Peilsender kostet 2000! Du willst mir doch nicht erzählen, dass du jetzt deine Karre aufpimpst, Alter! Dann hau ich dich! Nee, ich wollte den Peilsender anbringen, weil der so geil ist, der Wagen, weißt du? Kann ich aber gar nicht! Oh, Alter, Alter! Oh, Raiden hat das Spiel verlassen, versteh ich gar nicht! Ohhhh! Komisch! Eine Runde Mitleid! Eine Runde Mitleid! Eine Runde Mitleid! Was ich mich gerade frage, sollten wir uns vorher noch Waffen kaufen? Mh, wär vielleicht ne gute Idee, ne? Ahhhh! Säufz, da muss ich mir jetzt noch eine Karre klauen! Geht nicht anders! Ja, dann machen wir das in der nächsten Folge! Hol dir doch ein Toxi! Hol dir doch ein Toxi! Wie hol ich mir ein Toxi? Mit dem, äh... Mach erstmal ne Karte! Ne, ne, mach mit der Karte nen Punkt, wo du hinfahren willst! Achso, okay, ja! Und dann, äh... Mit dem Handy rufst du Downtown Cap an! Und die kommen dann! Okay, Karte! Wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Wo seid ihr denn gerade? Alter, wo seid ihr denn? Bei Amonation! Bei Amonation! Heideltraut! Dann komm ich da... Ich komm grad mal zu euch gecruist! Na, haut mal nicht ab, bitte! Genau, alles klar! Alter, genau! So lange warten wir dann auf jeden Fall! Dann checken wir noch ein paar Waffen, diese Folge, ne? Ja, das muss ich auch noch machen! Schneller Job! Jobliste, Einstellungen! Aber die sind sogar alle gratis! Kannst du hier anrufen? Pandoria, Turbinator, Geralt, Lama... Stimmt, die abgesägte Schrot findet es tatsächlich! Oh, ich hab nen Hammer! Ich hab nen Hammer! Ich hab nen Hammer! Wo ist denn hier Taxi, Alter? Wo ist denn hier Taxi, Taxi? Downtown... Downtown Cap heißt der! Ach da, Downtown Cap, okay! Kann man auch ne Schutzwesti umsonst mitnehmen? Neee! Leider nicht! Das meiste gibt's leider nicht umsonst! Und was mit dem Kanister? Ne, eigentlich nur die Schrot! Naja, geil! Aber die Schrot war dafür toll! Nimm dir den Hammer mit, Alter! Der ist auch gut! Wer ist denn der Hammer? Ne, der Hammer, der da unten hängt! Guck hier! Der da unten hängt, der Hammer! Welcher Hammer hängt denn da unten? Ach guck mal, ich geh erst mal grad hier unten durch! So! Geflichtspistole, die normale Pistole! Messer! Hinten rechts hängt der! Unter das Shotgun! Ah! Ziel auswählen, Ziel wechseln! Hör, der hängt da bei mir nicht! Ne? Ne! Dann hast du ihn noch nicht! Puh! Unverschämt! Das ist ja wohl der Hammer! Aber hier Messer kann ich mehr holen für 400! Vielleicht bringt das was! Schlagstock! Wir brauchen auf jeden Fall Knete! Das ist ja... Ey, wir müssen echt Kohle machen, Freunde! So! Wir müssen Missionen machen! Sonst... Und vor allen Dingen mal zusammenbleiben! Das ist immer ätzend, wenn man rumhängt alleine! Ja, ja! Und dann kriegt man nicht mit, was ihr da macht gerade! Das stimmt! Da haben sie recht! Ja, ja! Das ist nicht so gut! Hier ist Grigor! Das ist nicht so gut! So! Der Taxi-Wahrer versucht sie zu beeilen, Alter! Der fährt ja beschissener als äh... Staraza! Ich muss jetzt nen Namen einwerfen! Ich wollte nicht mehr als ich sagen! Ich wollte nicht mehr als ich sagen! Ich bin gerade Klamotten am shoppen! Ah! Ein bisschen während ich auf... Das nennt der beeilen? Ey, das eine sieht ja voll Saints Row aus hier! Weißt du, wie du aussiehst? Wie von... 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 von NSYNC oder so! Backstreet Boys! Hier, das T-Shirt sieht fast cool aus! Aber es kostet 90! Soll ich die mir jetzt hier? Guck mal hier! Was finden sie jetzt von dem T-Shirt hier? So, warte mal! Tret' ich mal um! Tret' ich mal um! Ja, dat ist... dat ist doch mal chilliger! Ja, was steht da drauf? Stan! Auch... Oder? Irgendwie sowas! Also ich seh nur Stan! Das reicht! Stan Lee wahrscheinlich! Ja! Cool! Yeah! Ammunation! Ich bin jetzt bei euch! Oh, ich hab voll die blauen Flecken im Gesicht! Wie geil ist das denn? Ja, du hast so einen Narben im Gesicht, wenn du äh... gestorben bist! So, dann fahren wir... Der Sarraza fährt uns jetzt mal zur Mission hier! Haben wir jetzt immer Narben! So! Ne, jetzt hol ich mal auch erstmal knarren! Ja genau! Du holst knarren! Dann machen wir Folgenpäuschen! Wir sind nämlich schon wieder soweit, Freunde! Der Sarraza hat sich schon wieder ein neues Hemd gekauft, oder wat? Ja, stylisch, oder? Alter, was machst du denn die ganze Zeit, während ich da bei der Mission warte? Wie? Du wolltest doch hierhin gekommen mit dem Taxi habe ich das gerade gemacht! Ja... Ich sag nichts! So! Was... Was hab ich mir jetzt für Sachen? Für Knarren? Ja hier, die ganz rechts! Guck mal hier! Gron, ganz rechts ist ne Schrotflinte! Aua! Ach da, die einsame! Mhm! Die nimmst du mit! Und der Hammer ist wahrscheinlich bei dir auch nicht da, würde ich mal wetten! So! Schwarzer Farbton, 16 Patronen! Ist gekauft! Wer bumst denn da? Entschuldigung! Ich bin auf ein paar Menschen gefallen, weil ich vom Dach gesprungen bin und die haben mich schon verprügelt! Wer bumst denn da? Ich bin auf ein paar Menschen gefallen, Alter! Oh ey, du hast mein Auto ruiniert! Entschuldigung! Die habe ich schon! Boah, der hat richtig geile Felgen, der Wahn! Alter! Das einzige Gute ist, du hast die Kohle übersehen! Warte, ich putze ihn mal hin! Ne, ich habe welche aufgehoben! So, ich habe mir noch ein paar Schuss gekauft! Ich kann den Wagen sogar anschieben hier! Siehst du das? Ne, mach das nicht! Lass ihn mal in Ruhe! Den habe ich für teuer Geld reparieren müssen! Alter! Vorne Autounfall! Okay! Hier! Ich habe mir jetzt einfach noch ein bisschen... Einmal in die Tür! Wie schnell geht denn hier bitte eine Tür ab? Ich würde doch über alles reden! Ey, cool! Und ich habe die Cops am Arsch! Das kann er jetzt nicht wahr sein! Komm schnell raus! Ist der Krankenwagen! So, ey, es ist nichts passiert! Komm schnell raus! Alter, was ist denn hier los? Komm schnell rein! Die ballern auf uns! Schnell! Ich schieße mit dem Auto auf den Menschen! Warte, warte! Ich muss auf die andere Seite! Da ist alles voll! Ja, ich bin schon drin! Geh Gas! Geh Gas! Ja, gegen die Wand! Ich komme nicht weg! Da ist Menschenkörper dazwischen! Scheiße Leute! Los! Flüchten! Ich bin da mal! Ey, ich habe den für teuer Geld repariert! Seh ich schon! Gutes Muster! Ich fahre gerade aus! Ich fahre gerade aus! Alter, ich ziehe es durch! Wuhu! 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 Alter, wieso bin ich eingestiegen? Alter, was kommt denn da hinten? Ja! Boah! Was? Ich fahre am Rückwärtsgang weiter! Alter! Boah! Was? Wo sind wir hier? Pass mir nicht rein! Ich komme nicht raus! Oh Gott! Ich wollte aber nur einkaufen gehen! Boah! Die Kopfen! Alter! Meine Tür ist eh schon weg! So schlimm kann es nicht mehr werden! Oh Wacke! Die Sonne ist schön! Alter, meine Lenkung hat ein bisschen mehr ausgesetzt! Fahr rückwärts! Fahr rückwärts einfach! Super! Jetzt ziehst du hier durch das Einfamilienviertel! Genau! Das ist gut! Spielstraße und so! Ja! Ist egal! Oh komm! Ja! Alter, ist das geil! Aber such dir mal irgendwo ein Versteck solange das ist! Oh wie geil das aussieht! Bitteschön! Oh! Kleiner Arsch-Eck! Geradeaus! 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 Ja! Ja! Und weiter geht's! Zurückwärts! Alter! Wieso steigst du aus? Ich spring wieder rein, Mann! Alter! Ist das nett! Der Helikopter sucht uns! Alter! Wir warten hier! Alter! Vorsicht! Vorsicht! Das sind Spieler! Oh fuck! Der ballert auf uns! Und ich fall mal schnell! Ich schieße! Toll! Perfekte Lösung! Alter! Ich bin absaufen! Ich bin absaufen! Ich bin absaufen! Warte mal! Warte mal! Vielleicht wollen die uns ja nur mitnehmen! Vielleicht wollen die uns ja nur mitnehmen! Nee der hat auf uns geschossen, Alter! Hallo! Nicht auf ihn schießen! Doch der will uns nur mitnehmen! Der will uns nur mitnehmen! Hier guck! Echt? Will der uns mitnehmen? Ja komm komm! Was was? Ey Alter! Spring rein! Komm wir steigen zu dem! Wo ist denn der? Ich seh den grad gar nicht! Bin doch schon aufgehauen! Durch die Vorgärten hier! Komm zurück! Guck mal wie geil das aussieht! Alter! Ey die Polizisten kommen! Wo ist der? Ach wieso hab ich auch zwei Sterne? Oh! Ich hab den Polizisten abgehangen! Ich hab den Polizisten abgehangen! Wir sind ja im Helikopter mit dem Typen! Ich hoffe der kann fliegen! Ich glaube nicht! Der wartet noch auf dich! Der will dich reinholen! Komm spring schnell rüber! Der kennt dich! Ja schnell 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 über die Mauer! Ja mach hinten den Kopf! Komm mal die Kopf! Wird er es schaffen! Wird er es schaffen! Ja Mann ist das geil! Ist das geil! Ja Hammer! Ob wir das schaffen können! Wie geil! In der nächsten Episode liebe Freunde! Ja Hammer Alter! Wie geil ist das denn bitte! Unser Held! Unser Held! Unser Held! Super! Bittes Danke! Ja machen wir in der nächsten Folge weiter! Und der Typ kann fliegen wie man sehen! Das ist richtig geil! Bis dahin! Ja Hammer! Kriegt Erfahrungsgute! Kriegt Erfahrungsgute! Ciao! Geil! Ciao! Bis zur nächsten Folge! Wenn wir unsere Ärsche hoffentlich retten können! Wie geil das aussieht auch gerade! Hammer! Boah Alter! Wie geil! Werden wir da von dem Typen gerettet! Über der Shit! Ich feier das Spiel so hart! Das ist einfach Hammer! Alter es ist einfach nur mega geil! Und du kannst ja so viel Spaß haben mit anderen in GTA! Alter kann man gar nicht beschreiben! In den Anfangsmissionen dachte man noch Fahrt! Aber jetzt Alter! Richtig geil! Richtig geil! Mega geil! Auch der Tobi findet es gut! Genau da! Ich muss immer da zusammenkommen und rüber in VTEッ. Si政 besitren sich! sovereignty 보자. These хват Man kann ja aus 28 annäherer etwa!